Du bist dein letztes Jahr mich gelobt. Ich glaub immer nicht. Machst du ein bisschen Freestyle? Jetzt? Ja, komm. Okay. Hey, ich war gestern hier. Dann war ich wieder zurück, Alter. Ich bleib stehen. Oh, mir ist kalt. Jetzt warst du dran. Hast du angefangen? Ich hab angefangen. Aber gut, ja. Wirklich? Zähl, was da kann sein. Zero. Okay. Wort, okay. Wort. Wort? Okay. Wort. Hast du gehört? Wie schnell war das? Ich war da. Mero, Bruder. Keiner kann was machen, Alter. Wir sind crazy. Keiner kann was machen, Alter. Aber ich bin Zero. Vor Mero, weiß ich mal. Ich bin Hero, Alter. Vor. Ich muss auch irgendwie Rapper werden. Ich muss einfach... Oh mein Gott, Khatar, was geht? Khatar, was macht ihr? Jetzt geht ab, Alter. Egal, wo ich bin, Alter. Mann, Till Isen. Was macht ihr? Khatar, wieso? Was macht ihr hier? Beruhig dich mal jetzt. Was macht ihr hier? Bruder, hier ist Videodreh von Mero. Beruhig dich. Niemals. Beruhig dich mal. Okay, ich geh. Ich komm gleich wieder, Bruder. Dieser Tastas. Ja, Bruder. Für mich ohne Sucuk, Bruder. Wala, Mero. Mach so. Doppelkäse besser. Ja, Bruder. Batiformis kommt wieder. Ich hab gehört, Bruder. Komm schon, Barry. Geh ran, Alter. Du wirst dich freuen. Geh ran. Mann. Barry, komm. Geh ran. Mann. Scheiß drauf, Alter. Du musst weiter machen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jungs, Barry. Nice. Ich war grad da drin. Da ist Khatar und Mero. Wie im Hals, Mann. Schwörste, die Freestyle. Ich dachte, komm, ich mach mit. Es wird Zeitballer. Lululu. Aber ich hab mich nicht alleine getraut. Ich schwör, komm rein, Alter. Ich hab so heimlich geguckt. Ich dachte, komm, ich geh. Aber ich bin nicht gegangen. Ich hab mich nicht getraut. Mero ist drin, Alter. Sollen wir jetzt hingehen? Ja, Mero. Du musst aufpassen. Mero ist am Start. Ey, Khatar ist weg. Wir kommen durch. Khatar ist weg. Wir kommen durch. Weißt du? Das ist wirklich Mero, Alter. Ich hab doch gesagt. Okay, aber was soll ich jetzt machen? Was soll ich für eine Ausbildung machen? Mach einfach nur irgendeine. Ich mach nur Rekord aus, Brok. Genau, mach. Wenn du dich nicht traust, ich geh. Ich rapp ihm was vor, wenn du willst. Mero. Ich zeig, wer Zero ist. Bruder, wenn das auf Anspruch läuft, ist krass, Bruder. Vorbei, Bruder. Wirklich. Die Tour wird zu krass, Bruder. Inshallah, Bruder. Ich hab's dir gesagt. Es wird auch so sein, Bruder. Ich mein's ernst, Bruder. Bruder, wenn ich mir so denke, was alles passiert ist, Bruder. Es borgt doch nicht, die Lage hopfst du nicht. Es borgt doch nicht, die Lage hopfst du nicht. Ich hab gesagt, das ist Mero, Mann, Alter. Aber es geht auf, Alter. Das ist so groß, Alter. Scheiße. Hey, Mann. Alles gut, bei dir? Alles gut, bei dir? Lauf, löff. Hey, guck mal. Mero, du hast Rekorde gebrochen. Ja, Mann. Ich will auch Rekorde brechen, weil ich hab kein Geld mehr gerade. Kann ich bitte ein bisschen freestaynen? Natürlich, Bruder. Pack mal aus, Alter. Okay, mach mal ein Speedbox, Bruder. Nee, mach doch nicht, Mann, Alter. Warte mal, warte mal. Was? Hör auf. Warte mal, warte mal. Du willst rappen. Ich hab's verstanden. Was machst du? Was soll ich sagen? Bruder, pack ein Beat aus, Bruder. Von deinem Handy, Bruderherz. Free Beat, YouTube, Bruder. So hab ich angefangen, mein Bruder. Okay, Bruder. Sonst würd ich auch meinem Bruder sagen. Mach am besten. Ohne Beat. Ohne Beat. Ohne Beat. Alles gut, Bruderherz. Wir klären sich später. Ich brauch ein bisschen Platz. Geh mal ein bisschen weiter zur Seite. Pack mal aus, mein Bruderherz. Okay. Wenn du zu mir nach Hause kommen würdest, verstehst du? Bitte, bitte. Ich würde den zeigen, aber ich mache gar nicht. Interessieren, was ich den machen. Bitte, bitte. Warte, 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 warte. Ganz kurz, ganz kurz. Ero, meins ernst? Ero, meins ernst? Was? Wir wollen korrekt sein. Bruder. Wir wollen korrekt sein, wir sagen Rap, Bruder. Was hast du gemacht? Ich will's wissen. Ich will's wissen. Bruderherz. Bruderherz, komm mal her. Ich will dir nur ganz kurz was sagen. Ich hab gestern meinen Knies. Du bist gekommen, Bruder. Ich hab gesagt, pack mal aus und so. Du bist auch Jigo. Du bist lang. Du siehst wie ein Rapper aus. Aber, 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 hör auf. Aber hör auf. Soll ich wirklich aufhören jetzt? Aber hör auf, Bruder. Hör nicht auf ihn. Ich weiß nicht, ob das rappen ist. Hör nicht auf ihn, Bruder. Ich kann auch rappen. Hör nicht auf ihn. Ich hab gehört, bist der Bruder von Mero. Ja, Bruder. Stabil, ja. Ihr seid cool und so. Aber ihr kennt mich nicht. Wer bist du? Ich bin Zero. Zero. Guck mal, jeder wird Nummer eins sein. Jeder wird Nummer eins sein. Aber was kommt von der Eins? Null. Zero. Zeig mal, was du drauf hast. Bruder. Guck mal, hör zu, hör zu. Ich war mit zwei Stunden im Knast. Ich tickte den Baumbom. Stoff, stopp, stopp. Oh, zwei Stunden im Knast. Bruder, bist du Skateboardfahrer? Was bist du, Bruder? Was bist du, Bruder? Drehe dich mal kurz. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Okay, warte, warte. Zweite Chance, okay? Letzte, Bruder. Letzte. Ihr macht also Doppeltime, so schnell und so. Das ist viermal schneller als Doppeltime. Gib mir ein Wort, gib mir ein Wort. Bruder, Afrika. Afrika, okay, pass auf. Guck mal. Ich boile. Nein, nein, es reicht. Was übertreibst du, Bruder? Guck mal, du musst das in Zeitlupe spielen. Dann hörst du alles, was ich gesagt habe. Bruder, Zeitlupe. Was denn? Es reicht. Zero. Zero. Wir machen bald Feature mit Mero. Nein. Ui, 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 ui. Lauf, Bruder, lauf. Wo hinst du, Bruder? Ey Mero, lass mal Bodyform uns ... Ah, nice. Das sind beides Nullen. Scheiße auf die, ich kann rappen, ich weiß alles. Walla, zeigt mal, Bruder. Pack doch auf, Bruder. Ah, es wird Zeit, Walla. Lulululul ... Bitte, bitte. Pam, Pam, wie ne Pam. Gant. Dreh dich durch, meine asoziale Flux. Bitte lass mal deine Gangster-Filme, weil ich dich nur am ... Du kannst rappen. Was ist das für eine Stimme? Ich bin grad bisschen aufgeregt. Was ist das für eine Stimme? Du willst Rapper werden? Ich kann auch aggressiv, Bruder. Okay, ich seh einen Jungen, ich geh direkt auf ihn zu. Was denkst du? Du bist jung, oder was? Ich bin alt, Bruder. Alles wird gut, Bruder. Tamam, Bruder. Ich mach es dir. Rapper, Bruder. Sag, Wallah. Tamam, Bruder, Wallah. Komm, lass das Studium, Bruder. Wer kommt denn da? Hey, was gedacht, Bruder? Wie geht's? Alles gut? Komm, setz dich, Bruder. Blöds, wie steht's? Was machen? Ach, nicht gut, Mann. Ich war bei Mero. Ich frag ihn, Rekordausbildung. Er sagt, ich hab keine Ahnung, Mann. Was für eine Ausbildung? Ja, Rapper will ich wieder werden, Mann. Was soll ich machen? Mero, sag's dir. Ich hab's dir gesagt. Ein Katar hat's dir gesagt. Wer soll dir das noch sagen? Okay, was soll ich sonst machen? Ja, warum? Diese Sache ist nichts für dich. Was soll ich denn sonst machen? Schauspieler oder so, Kinofilm, irgendwas, Serie. Hast du recht, Mann. Aber ich brauch jetzt schon Geld. Hast du irgendwas da für mich? Ein Job? Bruder, komm, bei mir nicht ich, aber China White, Bruder, 6,50 Euro. 6,50 Euro? So viel, Mann? Soll ich mir so viel Geld anfangen? 20 Köpfe bauen. 100 Prozent, Alter. Hast du meinen Kopf schon gesehen, Alter? Komm, Bruder, wir fahren jetzt los. Komm. Bei mir im Laden, Bruder. Jo, danke, dass du am Start warst. Leute, 15.3., Jaherro, Jamerro. Kommt Album raus, Box vorbestellen, alles. Okay, dann geben wir euch Buhum-Bigs, verstehst du? Dann geben wir euch Buhum-Bigs, was denkst du eigentlich, wer du bist, Mann? Ja, du, danke, dass du am Start warst. Alex, der Beschreibung, was machen wir jetzt? Okay, Bruder, ey, wir müssen jetzt ins Fitnessstudio, Bruder, weil dein Körper, Bruder, das ist Masha'Allah. Oh, da geben wir ein paar Buhum-Bische. Das ist Borg nicht, Alter, ja? Das ist Borg nicht, Leute. Das ist Borg nicht. Guck mal, du bist der Einzige, der stehen geblieben ist. Was? Stehen? Du bist der Einzige, der... Alter, jetzt schon wieder, gehen wir zurück. Fertal? 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 Ich war gestern da, Alter, ich hab... Bruder, warte, ganz kurz, ganz kurz. Was ist das? Du wirst jetzt wirklich hier Beatbox machen, Bruder, Herz? Du wirst jetzt wirklich hier eine Beatbox aufmachen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Passt du auf, ey, ich bin. Wie, ey, denn? Man nennt mich umsonst Zero. Ich zeig dir, wie ich sprüchen kann, damit ich dir zeigen kann, dass ich es noch mal von vorne, Alter, ich hab's... Was? Fuck, kack, ich... Kack, nochmal, Bruder, ganz gut. Was ist das? Was ist denn los, Mann? Was macht da drin? Da ist einfach... Bruder. Na, Mann, Alter, ich geh durch die Tür und danach guck ich, da sind Leute, ich schlag alle auf den Boden und danach denken, die werden was, Alter, ich komm, Alter. Das ist das Problem, mein Bruder, jetzt. Wir müssen zum Arzt, mein Bruder, jetzt. Bruder, lass uns nicht zum Arzt, lass uns ins Studio, Bruder. Lass uns ins Studio.